Jo Leute und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, ich hoffe euch geht's gut, ich hoffe euch ist fit bei euch. Ich glaube heute wird einer der wahrscheinlich produktivsten Folgen, die wir jemals gemacht haben. Ich werde heute glaube ich am meisten bauen, am meisten hier voranbringen. Ich will da wirklich heute nochmal richtig Zeit investieren, denn in Brandenburg fangen am 27.04. wieder Schule an. Ja, 27.04. ist dann das schöne Leben vorbei, die schöne Zeit vorbei, leider. Und ja, dann muss ich mal gucken, wie das mit den Videos wird, ob ich weiterhin hier so viel Zeit reinchecken kann oder ob es ein bisschen weniger wird. Ich schreibe ja dann auch all meine Prüfungen, deswegen denke ich, wird das hier für eine Zeit kurz abnehmen. Aber trotz dessen werde ich das hier alles voranbringen, alles weitermachen. Ich habe heute vor, hier eine Bambusfarm zu bauen, dass der Brennstoff hier automatisch generiert wird. Dann will ich heute den Aufzug endlich bauen, direkt in einem Design, was ich euch gleich zeigen werde. Das habe ich nämlich schon auf einer anderen Welt vorgebaut. Das ist im modernen Design, weil wie gesagt, ich würde es ja im Neta so ein bisschen moderner halten und halt in der anderen Welt mitleiterlich, dass es so wie eine Zeitreise ist in den Neta. Auf jeden Fall werden wir dann noch Holzfarm, da steht außer Frage, Holz brauchen wir wieder sonst wie sehr. Dann müssen wir noch Rahmen holen, denn wir wollen heute hier einmal das Lager ein bisschen beschriften, schon mal die Items alle hier fertig machen. Dass es auch alles klar ist, in welchen Kisten jetzt welche Items einsortiert werden. Was ich dann am Ende der Folge noch machen möchte, nachdem wir die Bambusfarm gebaut haben, den Fahrstuhl fertiggestellt haben und das Lager beschriftet haben, will ich am Ende noch die Neta Portals synchronisieren. Dass wir hier oben direkt rauskommen und nicht unten und uns dann erst hoch durchbacken müssen und alles ist ja auch viel zu umständlich eigentlich. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ihr werdet jetzt eh alles im Videoverlauf sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich kurz auf einer anderen Welt wieder. Dort zeige ich euch dann das Design für den Fahrstuhl. So Leute, angekommen auf der neuen Welt, beziehungsweise auf der anderen Welt, auf meiner kleinen Tüftelwelt kann man das eigentlich nennen. Übrigens sind 90% dieser Welt gedownloadet, also denkt nicht, ich habe das alles selber gebaut. Auch wenn man sagen muss, die Häuser sehen echt nice aus, ne? Hier ist das kleine Fahrstuhl-Design, ist gerade erstmal nur was Kleines. Ist ein bisschen modern, ich will es ja auch im Prinzip im Neta dann wie gesagt modern bauen. Ich habe es versucht, wie so ein Fahrstuhl wirken zu lassen, daher hier hinten so eine Art Ketten. Und hier auch alles mit Glas, dass man sich auch raus, oder dass man auch rausgucken kann, wenn man sich hoch LTP-Tier wird. Wird dann im Prinzip unser Boden sein. Hier sind dann die Kisten am Rand, das sollte ja alles vorstellbar sein, denke ich. Und dann kann man hier rüber laufen, hier in den Fahrstuhl gehen und sich dann einfach hochweipen. Das alles über diese Loren. Ihr seht, das wird eine ganze Menge an Eisen, eine ganze Menge an Quarz kosten. Das Quarz müssen wir heute übrigens auch noch farben. Aber ich denke mal, das sollte nicht ein allzu großes Problem sein. Nur ich muss sagen, ich kann mir dieses Fahrstuhl-Design so nice vorstellen. Dann stellt euch mal vor, ihr kommt aus dem Neta raus und seht dieses Design. Nur halt bis hoch zu so einer weißen, kugelförmigen Form. Oder ich weiß nicht, Vier-Eck-Form ist es ja momentan. Die auch aus Quarz besteht, das werden wir ja dann alles noch erneuern. Das kann ich mir dann schon heftig vorstellen. Ich will ja, also die Sortiermaschine und diese Farben, die wir jetzt über dem Neta haben, über dem Bedrock, wird ja nicht das Einzige sein, was dort bleibt. Beziehungsweise was dort gebaut wird, das hier wird definitiv auch dazu kommen. Beziehungsweise werden da auch noch ganz andere Sachen über dem Bedrock gebaut, die auch alle modernstil gehalten werden. Und deswegen wird es sauben, denke ich, alles ein bisschen Fantasy-mäßig modern. Man kann es nennen, wie man will. Aber ja, das hier ist das Design, das werden wir heute bauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt erstmal in der Timelapse wieder, wo ich ein bisschen Holz farme. Bis gleich. Bis gleich. So Leute, willkommen zurück aus der Timelapse. Wir sind jetzt hier in einer anderen Umgebung. Ich habe ein bisschen Quarz gefahren, weil ich keinen Quarz habe und ich das hier auch zum Bau brauche. Ich hoffe mal, dass es reicht. Wenn nicht, müssen wir zwischendurch nochmal ein neues Farben gehen. Ich möchte aber kurz mal ein bisschen weg von meinem eigentlichen Videokonzept so. Ich habe nämlich einen Kommentar gelesen, der ist hier auch nochmal eingeblendet. Das ist mir auch in letzter Zeit selber schon ein bisschen aufgefallen. Muss ich sagen, ich wollte es an sich wieder mal ändern, dass ich wieder mal von mir erzähle, ein bisschen von meinem Leben erzähle, erzähle was so abgeht. Weil ich ja wirklich mich momentan so auf das Bauen hier konzentriere und auf das Game, dass ich so dieses Story erzählen und so eigentlich komplett weglasse. Guck mal mit den Storys, die ich erzählt habe, mit all dem habe ich immer so versucht oder war mein Ziel, dass ich euch als Zuschauern etwas erklären kann, was ihr vielleicht noch vor euch stehen habt. Weil ich denke, der Großteil meiner Community wird ein Stück jünger sein als ich. Beziehungsweise teilt ja jeder Mensch andere Erfahrungen. Der Grund, warum ich die Storys immer erzählt habe, war eigentlich der, dass ihr als Leute, die das sehen, vielleicht daraus lernen könnt und direkt wissen, wie was ist. Und da vielleicht nicht mit so einer Nervosität, mit so einer Angst davor oder sonst was, wie ich es zum Beispiel hatte, eben dann in diese Situation gehen. Wisst ihr, wie ich meine? Wir haben jetzt zum Beispiel bald wieder Schulanfang. Und um ehrlich zu sein, kann ich das absolut nicht nachvollziehen. Guck mal, wir sind in der größten Corona-Krise. Die Sicherheitsabstände müssen noch eingehalten werden. Kontaktsperre ist noch in manchen Ländern, ist noch Ausgehverbot. Und wir oder ich jetzt als Abschlussklasse gehe ab dem 27.4. wieder zur Schule. Was absolut keinen Sinn macht, weil ich in der Schule, also ich habe noch keine genauen Regelungen bekommen, möchte ich an der Stelle erwähnen. Ich habe schon von Freunden gehört, die in anderen Bundesländern wohnen, wie das da geregelt ist. Und übrigens habe ich auch gleich das ganze Glas gebrannt, falls ihr euch wundert. Das ist Sand, was wir gefarmt haben in der Timeline und das habe ich gleich gewandt. Auf jeden Fall in anderen Bundesländern ist es ja so geregelt, dass sie jetzt auch bald wieder Schule haben und die haben schon genaue Informationen von der Schule bekommen, dass die zum Beispiel aufgeteilt werden in Gruppen, dann nur die Hauptfächer unterrichtet bekommen und eben auch nur drei Stunden am Tag Unterricht haben, bin ich der Meinung. Wie das bei unserer Schule hier in Berlin abläuft, kann ich euch gar nicht sagen, Alter. Das Ding ist, ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil, also no joke, in der Schule wird sich halt niemand, also wirklich niemand an diesen Sicherheitsabstand halten, niemand. Am Ende sind die, die Spassen, die dir halt einfach zu nahe kommen, vielleicht genau die, die es haben, no front, Alter, meine Freunde, ich liebe euch trotzdem, aber es ist halt einfach so ein großes Risiko, wenn man sich zu nahe kommt und man nach Hause kommt und dann die Eltern infiziert, die Großeltern vielleicht oder sonst was ist, wisst ihr, das ist einfach so krass, wenn man sich das mal überlegt, was das eigentlich für Auswirkungen haben kann, nur weil wir gezwungen werden, wieder zur Schule zu gehen und man doch eigentlich davon ausgehen kann, dass Leute im Alter von 14 bis 18 Jahren halt einfach den Sicherheitsabstand nicht immer einhalten können, zumal man es halt auch vergisst. Das ist doch einfach so, das ist ein Fakt. Es, es ist einfach so. Und um ehrlich zu sein, habe ich keine Lust, Corona mit nach Hause zu bringen, hier jeden zu infizieren, die infizieren nochmal andere und am Ende leidet meine Oma oder andere ältere Leute deswegen, nur weil ich zur Schule gehen muss und irgendwo bin ich dann auch der Schuldige, weil ich halt den Sicherheitsabstand auch dann nicht eingehalten habe beziehungsweise den anderen nicht aufgefordert habe, ihn einzuhalten und am Ende leiden halt wirklich Leute wegen mir und das könnte ich mir, glaube ich, mein Leben lang nicht verzeihen, wenn jemand so leidet wegen mir, der halt diese Krankheit bekommen hat. Ja, und ich merke jetzt schon wieder, Alter, ich habe das wirklich viel zu selten gemacht mit dem kleinen Erzählen, mit dem bisschen Real Talk, könnte ich es fast nennen. Wir werden jetzt mal die Stimmung ein bisschen switchen und ein bisschen wieder fröhlicher werden. Ich werde jetzt hier als allererstes, bevor wir den Fahrstuhl erneuern, einmal hier drüber wahrscheinlich oder irgendwo da, mal gucken, wo genau die automatisch farmende Bambusfarm bauen, wahrscheinlich auch zwei oder drei Abteile direkt, dass wir davon auch genug haben, dass das hier als Brennstoff immer direkt eingelagert wird. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Timelapse. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Timelapse. So, Leute, willkommen zurück aus der Timelapse. Das war ein ganz, ganz, ganz großes Hin und Her. Wieder mal, ihr habt es gesehen, ich habe erst zwei Farben gebaut, würde eigentlich erst vier davon bauen. Aber da hätte ich mir aufgefallen, da kommt irgendwie jede Sekunde, kommen da zwei solche Bambusröhrchen raus. In der Minute haben wir circa zwei Stacks Bambus. Und das kriege ich einfach gar nicht so schnell hier verbrannt, wie es da oben produziert wird. Deswegen habe ich hier auch ein Hebel, guck mal, ich schaue den jetzt aus, ist die Farm aus, mache ich an, ist die Farm an und läuft. Den werden wir später noch versetzen, ist erstmal provisorisch hier alles, bis ich das hier alles umbaue und umdesignen. Das dauert ja, wie gesagt, noch eine Zeit. Hier habe ich jetzt erstmal ein paar Kisten hin gemacht, dass wir Reserve haben, falls hier irgendwann mal was passieren soll oder weiß ich nicht, was ist, dass wir hier alles haben. Hier sind unten, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Stacks drin, das wird hier jetzt vollgefüllt. Ich hatte auch in der Oberwelt so eine Farm gebaut wie die da. Das Ding ist, in der Oberwelt bringt mir das halt nicht viel was, weil was bringt dir Bambus, außer diese Gerüstblöcke, die man halt kaum benutzt, ist Bambus halt absolut für den Arsch. Sticks kann man genug machen aus Holz und wofür braucht man besonders Sticks so? So, ich würde sagen, ich lege jetzt mal mit dem etwas schwierigeren Projekt hier los und kümmere mich um den Fahrstuhl. Das wird jetzt eine ganze Zeit dauern, das wird ganz komplizierter Shit wieder. Ja, aber ich hoffe, euch gefällt es und ja, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. So, Leute, es ist jetzt vollbracht. Wir haben hier unseren Fahrstuhl. Ich muss sagen, er gefällt mir noch nicht so 100%ig. Dennoch kann ich mir das vorstellen, wahrscheinlich sieht es für euch noch nicht so aus. Für euch sieht es einfach aus wie so ein Strich in der Landschaft. Ich kann mir aber schon vorstellen, wie das da oben voller Quarz ist, wie wir wahrscheinlich dann hier alles ein bisschen mit Glas ummanteln, dass es halt nicht so, naja, mittelalterlich aussieht, halt einfach alt. Wisst ihr, das hier ist modern und der Rest ist übelzeit und deswegen sieht es hier alles so strange aus. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier auch schon tatsächlich alle Items einmal beschriftet. Jetzt sieht man auch wirklich, wo was ist. Ähm, ich finde übrigens die Funktion mit dem Rahmen auf dem Boden echt nice. Also, die ist wirklich 10 aus 10. Damit kann man ordentlich was anstellen. Äh, ja, die Bambus-Farm wirkt immer noch. Die ist da oben fleißig dabei, hat man wahrscheinlich in der Timelapse auch gesehen. Wir haben jetzt hier schon, ja, fast die nächste oder fast die Hälfte voll. Und ich habe übrigens Licht hier ein bisschen reingebracht, weil ich das echt viel nicer finde. Alter, ich kann mir das hier so fett vorstellen. Also, ich weiß nicht, ob sich ihr euch das hier so nice vorstellen könnt, wie ich. Aber wenn das hier alles modern eingerichtet wird und alles modern gebaut ist, dann wird das hier so fett geil aussehen. Alles, wenn man hier durchläuft. Das wird einfach so eine richtige 10 aus 10, no joke. Hm, Leute, ich habe jetzt mal gegoogelt und tatsächlich gibt es keine 1.14 Tutorials. Ähm, zu dem Thema, die über dem Bedrock zu synchronisieren. Weil ich bin der Meinung, ich habe das schon irgendwo mal gesehen. Keine Ahnung warum. Naja, wenn ihr da eine Lösung habt, gerne in die Kommentare damit. Ich würde das eigentlich gerne über dem Neter machen, aber wenn es halt nicht geht, geht es halt nicht. Ist nicht zu ändern. Ich muss jetzt erstmal damit leben. Ich lasse das Portal erstmal so. Bis wir uns wieder ausführlich um den Neter kümmern, vergehen jetzt eh ein paar Folgen. Vielleicht gibt es dann ja schon die 1.15 Optifine und da müsste es, glaube ich, dann gehen. Ich werde selber auch nochmal schauen, definitiv, ob das überhaupt funktioniert oder ob es eigentlich nicht geht und warum. Und es ist absolut unverständlich. Aber ja, ich werde jetzt hier noch eine ganze Weile AFK stehen. Ich werde da gucken, dass das da mal, äh, ja voll wird oder die Sachen befüllt. Ich werde oben wieder ein paar Level farmen. Das hier räumen wir in der nächsten Folge weg und in der nächsten Folge geht es dann weiter daran, die Farming Area auszuheben. Ich werde in der nächsten Folge ein ganzes Stück weiter kommen. Das wird die letzte Folge in meinen Corona-Ferien. Heißt das letzte Mal, wo ich richtig nochmal intensiv richtig krass was machen kann. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne einen Like da und ja, bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal.